Wer bin ich? Und wie werde ich zu dem, was ich bin? Das Kulturvermittlungsprojekt Suite de Danse Experimental erzählt vom individuellen Prozess der Selbstfindung. Wir alle beginnen unser Leben als ein leeres Blatt Papier, als leere Leinwand. Je länger wir leben und je mehr wir unser Leben leben, desto mehr wird auf dieses Blatt geschrieben und umso farbiger wird die Leinwand. Das Projekt Suite de Danse Experimental ist ein Tanz- und Bewegungsprojekt unter der künstlerischen Leitung von Andrea Totoza Vidal, Balletttänzerin am Theater Basel. Über ein halbes Jahr haben sieben Musikerinnen und Musiker, das Kammerorchester Basel, sowie 16 Schülerinnen und Schüler der Fachmaturitätschule Basel-Stadt an diesem Projekt zusammengearbeitet. Sie haben sich dabei nicht nur als Individuen, sondern auch als Gruppe weiterentwickelt. Musik wird zu Tanz, Tanz wird zu Musik. Sie verschmelzen, gehören zueinander und können nicht ohne einander. Die beiden Elemente ergänzen sich, bereichern einander und finden sich. Es entsteht ein Spiel zwischen festgelegten und freien Teilen, zwischen Form und Fantasie. Musik 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 Ich bin nicht so, dass ich mich für die Ballerinnen und die Menschen nicht so sagen. Ich bin nur das Gefühl, dass ich mich auf die Fläche und mich auf die Fläche und mich nicht so sagen. Ich bin so, wie ich mich so sagen. Ich bin so, wie ich mich so sagen. Wir müssen da sein. Es muss sich da sein. Ich bin so, wie ich da auf dem Weg bin. Ich bin so, wie wir es so sagen. Das war's für heute. Share the season, light, music, voice and friends. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.